Hey Leute und willkommen zu einer neuen Runde Minecraft Badwars mit mir und Tobi. Hallo liebe Zuschauer. Willkommen zu einer neuen Runde Minecraft Badwars. Folge 40. Ja. Die letzte Badwars-Folge ohne Challenge. Richtig, denn ab morgen gibt es Badwars-Folge mit Challenges. Deswegen schreibt uns auch hier wieder Challenges in die Kommentare. Und jetzt hören wir auch so behindert zu sehen. Ja, ich hoffe, das macht ihr. Und weil Tormund scheiße ist, mach ich weiter damit. Weißt du was? Weißt du, was ich jetzt tue? Ich werde jetzt Bänden kaputt machen, mein Lieber. Aber auf diesem Niveau hast du es noch nicht. Check definitiv das Infovideo aus. Das jetzt noch gar nicht draußen ist, höchstwahrscheinlich. Ja doch, das lädst du doch jetzt direkt hoch. Nein. Eigentlich nicht. Natürlich, musst du. Eigentlich nicht. Ich denke, ich werde es heute rendern und dann irgendwann hoch. Jetzt mach doch schneller. Wie baut der denn? Da baut ja meine Oma schneller. Obwohl die noch nicht Familie Kraft besitzt. Aber trotzdem baut die schneller. Jetzt mach doch. Ich schwöre, ich bau dich gleich hier runter. Hey Tormund, gehst du Bett zerstören oder was? Geil, ich wollte dir helfen, komm. Ja, ich zerstöre jetzt direkt das Bett gegenüber von uns, wenn ich das schaffen sollte. Wäre natürlich eine geile Aktion von mir. Okay, ich hab's geschafft. Also, nee, da ist noch einer. Einer steht mir noch im Weg. Genau, ihr könnt uns dann auch irgendwie so besondere Taktiken oder so hinschreiben. Genau. Das wäre auch voll okay. Nee, das wäre verboten, meine Freunde. Hauptsache, wir müssen irgendwas cooles machen. Genau. Nicht so einen langweiligen Scheiß, wie immer nur gewinnen. Irgendwas, was uns erschwert zu gewinnen, bitte Leute. Bitte, danke. Genau, weil... Hast du... Welches hast du zerstört? Gelb. Weil jetzt... Dann zerstöre ich grün. Ohne anzugeben, jetzt ist es einfach too easy für uns. Oh, nee. Grün hat uns bemerkt. Nee, nee, nee. Es ist einfach too easy, Leute. Dann gehe ich zu gelb. Ich will jetzt nicht damit angeben. Echt nicht. Also eigentlich schon. Aber trotzdem, es ist too easy. Ich bin mal gespannt, wie das am Community-Event wird. Wie ihr euch da schlagen werdet. Ach ja, genau. Genau. Dieses Infovideo handelt von einem Community-Event. Hashtag Cop-Munity-Abend. Richtig komplizierter Hashtag. Kann mich auch nicht erst mit klar. Mh, weder Bonhoff. Hallo, nee, da hab ich ja gefunden. Da muss cool sein. Ja, aber kann mich auch nicht erst mit klar. Weil... Ich dachte, du machst so jetzt... Okay, hat sich helft. Ich war wieder Brain-Life Cup. So, ähm... Ähm... Genau. Ja, da bin ich mal gespannt, wie ihr euch schreibt, weil ihr unsere ganzen Taktiken kennt. Mal gucken, weil... La, 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 la... Hab ich jetzt mal überhört, Tobi, okay? Ich habe das Beat von Team Rot zerstört. Hab ich jetzt mal überhört, ne? Warum dauert... Ach, hier spawnt auch Eisen an dem Ding, ne? Nur in der Mitte spawnt Eisen. Nee, nee, nee. Doch. Nee? Doch, da habe ich ein Eisen hingelegt, du Trottel. Oh. Außerdem wurde ich gerade getötet. Äh, hast du Eisen für mich? Ich brauche ein Schwert. Ich habe ganze zwei Eisen für dich, ja? Ja, bitte. Bitte, bitte, bitte. Bitte, danke. Amen. Beatle him. Weißt du, uns interessiert schon gar nicht mehr, ob Gold in der Mitte ist. Das ist uns einfach scheißegal. Weil wir brauchen... Wir brauchen kein Gold mehr. Wir zerstören die Teams in mir einfach so. Tom, hörst du bitte auf, du Akkugant zu sein? Okay. Ich muss die Moralapostel hier spielen. Gold wäre natürlich eine feine Sache, aber wir kommen auch ohne diese feine Sache aus. Es ist... Es erschwert uns natürlich gewaltig zu gewinnen. Jetzt wurde ich geboxt. Oh, Team Rot wurde schon vernichtet. Ich wurde geboxt. Meine Güte, ist das schade. Ich werde schon wieder geboxt. Ja, Tom, ey, werde ich mal. Ja, mache ich jetzt auch. Weißt du, ich wollte nicht zu Team Gap sein. Der hat kein Bett mehr, ne? Jetzt ist er eh tot. Glaube ich. Ne, er hat den sich gesnackt, aber jetzt hat er wahrscheinlich null Leben oder so. Genau. Also auf jeden Fall das Infovideo gucken, weil wir jetzt hier nichts weiter sagen. Außer zu Challenges können wir ja ein wenig sagen. Ja, weil da haben wir auch im Infovideo bei Dubai nicht zugesagt. Tobi, es kann sein, dass einer zu uns rascht. Ja, dann deck mal ganz kurz. Ich bin aber gerade gar nicht bei uns. Ich baue mich zu grün. Aha. Ich mache Spinnenwebentaktik. Ja gut, ich meine. Jolo. Jolo Swag. Dann würde ich die Spinnenwebentaktik aber nicht empfehlen, Tobi. Warum? Weil die hat so ein Verhältnis, das ist nicht... Wir haben mich aber noch nicht bemerkt. Jetzt hat er sich bei uns eiskolten Bogen geholt, der Junge. Ja, äh, Tobi, renn zu irgendwas anderem. Nein, ich bin bei uns. Ich habe alles vernichtet hier. Ich wurde jetzt auf Skype angeschrieben, was ziemlich unglücklich ist. Ähm, ich kann mir jetzt auch einen Bogen gönnen. Hi, du Typ. Was, äh... Lenk die einfach unten ab. Du musst den gut ausgerüsteten töten. Du musst die einfach nur töten. Es leben nur noch die drei. Es steht nur noch einer bei deren Base. Den musst du bitte töten. Und zwei kommen jetzt. Ja, ich weiß. Ähm, ich muss erst mal die zwei da irgendwie... Davon abhalten, mich hier runterzuboxen. Okay. Bin da. Tobi, bin da. Ja, töte den bitte, der da unten steht. Nein, Tobi, das Bett ab. Hinter dir, hinter dir. Hinter dir, hinter dir. Pass auf. Ich habe es geschafft. Fuck. Renn, 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 renn. Ich hole dich ein. Vorsicht, einer kommt von uns. Renn, renn einfach. Ich renne zu uns. Deine Snack, denn sich oder... Nein, der wird auch getötet. What the f... Okay, ich tüte den rennen. Rennen, rennen. Nein, ich habe jetzt den Bogen. Ja, ja. Tobi, es auf. Oh, der Ding, Junge. Ja, nur weil du so ganz knapp am Abgrundstil bist. Skill on Earth. Ich habe dir nämlich hinter dich geschossen, was nicht so praktisch war. Der ist in der Mitte, der andere, oben. Ja, ich baue mich da gerade hoch. Ja, ich komme mit. Oh, ich kann mir einen Bogen holen. Wow, das wird dir jetzt viel bringen. Mann. Wo ist der? Hier ist alles so verwinkelt. Ich komme mir nicht klar. Pass auf, er hat einen Sprengang. B, D, W, auf. Lass mal Werbung machen, weil das cool ist. Der Tobi, der macht... Der, Leute, der ist... Der ist so... Nein, warum arrogant? Der ist... Der ist, äh... Ich bin abo geil. Ja. Abo geil, genau. Das Wort lag mir auf der Zunge. Irgendwas mit... Bin ich übrigens nicht, ne? Nicht, dass das jetzt irgendjemand von mir denken würde. Ist natürlich alles nur gestunken und erlogen. Er stunken und erlogen. Da ist er, ich hab ihn. Wo? Der ist oben. Boah, bin ich... Meine Güte, ey. Geh, geh. Wir haben 10 Jahre... Ich hab 10 Jahre da neben geschlagen, aber egal. So. Okay, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst uns bei den coolen Boys eine positive Bewertung da. Und ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten BadRoss-Runde wieder. Vergesst nicht zu abonnieren. Vergesst nicht zu abonnieren und Challenges unter dieses Video zu schreiben, denn im nächsten Video gibt's die Challenges. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Haut da rein und... Ciao, Leute.